Heute für euch, 10 Harry Potter Mythen, die die Fans falsch verstehen. Das und mehr, jetzt in diesem Video. Im heutigen Video werden wir über 10 Mythen in der Harry Potter Saga sprechen. Seit der Veröffentlichung des ersten Romans im Juni 1997 hat sich die zauberhafte Welt von Harry Potter und seinen Freunden stetig erweitert. Was als relativ kleine magische Gemeinschaft begann, die sich nur auf das Vereinigte Königreich konzentrierte, wuchs zu einem globalen Universum und Phänomenen an, mit neuen aufregenden Erzählungen, die in Europa, Amerika, Asien und auch Afrika spielen. Ursprünglich bekannt als Pottermore war dies eine Website, auf der die Fans mehr über die magische Welt von Harry Potter erfahren konnten. Diese Seite wurde zur zauberhaften Welt und wuchs um neue Franchises wie fantastische Tierwesen und Kurzgeschichten über Themen wie die Gründung der nordamerikanischen Zauberschule Ilvermorny. Was vor mehr als 25 Jahren als magisches Konstrukt begann, hat sich seither so stark ausgeweitet, dass es immer schwieriger geworden ist, wirklich alles über dieses magische Universum zu wissen. Dies hat zur Folge, dass selbst die treuesten Fans manchmal Details über Harry Potter völlig falsch verstehen. Aufgrund der Gewissheit, mit der Fans ihre Fragen auf Reddit und anderen Webforen stellen, ist es nicht überraschend, dass einige dieser Mythen über die Saga ein Eigenleben entwickelt haben und im Internet sogar als Tatsachen kursieren. Im heutigen Video werde ich euch daher 10 der am weitesten verbreiteten Mythen vorstellen, von denen einige von euch sogar vielleicht überrascht sein werden. Mythos Nummer 1 Die Zulassungsbescheide kommen aus einem seltsamen Grund am 11. Geburtstag eines Kindes an. Viele Fans auf der ganzen Welt glauben, dass ein Junge oder Mädchen mit magischen Fähigkeiten ihre Aufnahmebestätigung für die Zauberschule Hogwarts an ihrem 11. Geburtstag erhält. Das ist jedoch nicht ganz richtig. Denkt mal darüber nach. Während Harry Potter seinen Zulassungsbescheid vor einer Hogwarts-Schulefexerei und Zauberei an seinem 11. Geburtstag erhalten hat, war dies nur ein glücklicher Zufall. Wie ihr euch vielleicht erinnert, traf die allererste Version des Aufnahmebriefes tatsächlich Wochen vorher bei der Adresse der Dursleys ein. Zwischen der Zustellung von Harrys erstem Brief per Post und der Übergabe durch Hagrid an seinem Geburtstag gab es viele weitere Versuche, die Duplikate desselben Briefes zuzustellen. Nummer 4 im Ligustaweg wurde sogar von einer Flut von Briefen bombardiert, die magisch in das Haus der Dursleys stürmten, einige Tage bevor Harry elf Jahre alt wurde. Wann erhalten die Kinder eigentlich ihren Aufnahmebrief in Hogwarts? Jetzt mal wirklich. Wie ihr vielleicht anhand des Zeitpunktes von Harrys erstem Brief vermutet habt, erhalten junge Hexen und Zauberer ihre Aufnahmebriefe normalerweise im August, ein paar Wochen vor Beginn des Schuljahres. Egal wie alt der jeweilige Zauberer dann ist. Natürlich noch als Kind. Mythos Nummer 2 Hogwarts befindet sich in England. Obwohl dieser Glaube weit verbreitet ist, verstehe ich, warum so viele Leute das glauben. Harry Potter ist Engländer, seine besten Freunde sind Engländer, die meisten seiner Professoren sind Engländer und sogar die Mehrheit der Charaktere an der Hogwarts-Schule sind tatsächlich auch Engländer. Kombiniert man das mit der Tatsache, dass Hogwarts unauffindbar und zumindest für uns Muggeln nicht sichtbar ist, ist es leicht zu dem Schluss zu kommen, dass das Schloss der Schule in England liegt. Doch tatsächlich befindet sich Hogwarts irgendwo in den schottischen Highlands. Eine Website hat bestätigt, dass Hogwarts irgendwo in den schottischen Highlands versteckt ist, mit zahlreichen Zaubersprüchen, die es Muggeln erschwert zu finden. Außerdem fährt der Hogwarts-Express durch die schottischen Highlands. Mythos Nummer 3 Das Haustier von Ravenclaw ist ein Rabe. Wenn es um die Tiere der vier Häuser in Hogwarts geht, scheinen sie alle ziemlich offensichtlich und gradlinig zu sein. Das Tier von Gryffindor ist ein Löwe, Slytherins ist eine Schlange, Hufflepuffs ist ein Dachs und Ravenclaws ist ein Rabe, richtig? Nein, tatsächlich nicht. Während die ersten drei Häuser ihre assoziierten Tiere korrekt haben, ist das wahre Haustier von Ravenclaw eigentlich ein Adler. Ausgewählt wegen der rabenfarbigen Krallen des Raubvogels. Leider wurde dieser Mythos durch die Harry Potter Filme verbreitet, die beschlossen, das Tier von Ravenclaw von einem Adler in einen Raben zu verwandeln. Da dies der Vogel ist, an den die meisten Leute denken, wenn sie Ravenclaw hören. Mythos Nummer 4 Der Vielsaftrank verändert nur das Aussehen einer Person. Wenn du hauptsächlich ein Fan der Harry Potter Filme bist, hat dich die Ungereimtheit der Wirkung des Vielsafttrankes wahrscheinlich etwas verwirrt. Während in den Romanen der Vielsaftrank den Trinker durchweg auf die gleiche Weise beeinflusst, variiert dies in den Filmen ziemlich stark. In den Büchern nimmt jemand, der den Vielsaftrank trinkt, das Aussehen der beabsichtigten Person ihre körperlichen Fähigkeiten sowie ihre Stimme an. Mit körperlichen Fähigkeiten meine ich zum Beispiel ihr Augenlicht oder ihre Stärke. In den Filmen ändern sich diese Dinge, je nachdem, welchen Film man gerade schaut. Nehmen wir die Szene mit dem Vielsafttrank in der Verfilmung von Die Kammer des Schreckens. Harry verwandelt sich, aber anders als im Buch bleiben Harrys Sicht und Stimme die gleiche. Ron behält auch seine eigene Stimme, nachdem er sich in Crab verwandelt hat. Später in der Saga, in der Feuerkirch, verkörpert Barty Crouch Jr. Professor Matt Almodi für den größten Teil des Films, mit Hilfe des Vielsafttrankes, und übernimmt bemerkenswerterweise Matt als Stimme und das Fehlen eines Auges. In den Heiligtümern des Todesfilms sehen wir den Orden des Phönix, wie sich alle in Harry verwandeln und jeder behält seine eigene Stimme, aber jeder sieht aus wie Harry. Harry, Ron und Hermine behalten auch ihre eigenen Stimmen, als sie sich ins Zaubereiministerium einschleusen. Mit all diesen Ungereimtheiten wäre es nicht überraschend, wenn die Leute über die wahre Wirkung des Viersafttrankes verwirrt wären. Zur Klarstellung, er verändert alles an dir, einschließlich deiner Stimme und deiner Sehkraft. Mythos Nummer 5 Hermine ist die klügste des Trios Die schlaue Hermine Granger hat den Ruf, eine unglaublich intelligente Hexe zu sein. Sie war eine der besten Schülerinnen ihres Jahrgangs in Hogwarts und steckt oft ihren Kopf in die Bücher. Es gibt keinen Zweifel daran, dass Hermine eine kluge Person ist. Dennoch würde ich sie nicht unbedingt als die klügste des Trios bezeichnen. Natürlich ist sie definitiv die belesenste, aber sowohl Harry als auch Ron bringen ihre eigene Intelligenz in das Trio ein. Mehr als einmal sehen wir, wie die Jungs sich der Herausforderung stellen und einen Weg aus gefährlichen Situationen finden, während Hermine fassungslos daneben steht. Mythos Nummer 6 Ronald Weasley ist dumm Während wir dies bereits ein wenig angesprochen haben, ist die Idee, dass Ronald Weasley ein großer Dummkopf ist, ein Mythos, der mich wirklich stört. Für Fans, die hauptsächlich die Filme kennen, verstehe ich, dass Ron dort oft als eine Art Dummkopf dargestellt wird. In den Romanen hingegen ist er eigentlich ein ziemlich glüger Zauberer. Er weiß viel über die Kultur der Zauberer und ist oft eine Quelle für Harry und Hermine zu diesem Thema. Er bringt Harry sogar Zauberschach bei, ein ziemlich intellektuelles Brettspiel. Ron erhält auch durchweg ähnliche Noten wie Harry in der Schule, was im Wesentlichen bedeutet, dass er genauso schlau in der Schule ist, wie der berühmte und talentierte Junge, der überlebt hat. Mythos Nummer 7 Hogwarts ist die einzige gemischte Schule im trimagischen Turnier. Was meine ich damit? Ein weiterer Mythos, der durch die Filme aufrechterhalten wird, ist, dass das nordeuropäische Durmstrang-Institut und die französische Bourbatton-Akademie für Magie einseitige Schulen sind, das heißt eingeschlechtlich. Viele Fans nehmen fälschlicherweise an, dass Durmstrang eine reine Jungenschule ist und Bourbatton eine Mädchenschule. Das könnte nicht weiter von der Wahrheit entfernt sein, denn beide Bildungseinrichtungen nehmen sowohl Hexen als auch Zauberer auf. Der Grund für diese falsche Annahme scheint ein direktes Ergebnis der Darstellung in den Filmen zu sein, in denen Durmstrang mit einer Schar von Zauberern und Bourbatton mit einer Gruppe von Hexen ankommt. Im Roman jedoch sind die Teilnehmer aus jeder Schule von zwei kleineren gemischten Gruppen von handverlesenen Hexen und Zauberern. Mythos Nummer 7 Böse Zauberer können kein Patronus-Zauber erschaffen. Im Gefangenen von Azkaban lernen wir den Patronus-Zauber kennen. Ein Zauberspruch, der durch die Beherrschung aller positiven Erinnerungen und Gefühle gewirkt wird. Obwohl er unglaublich schwierig auszuführen ist, erzeugt der Patronus-Zauber, wenn er richtig angewendet wird, eine positive Energiekraft, die einem Tier ähnelt, das einzigartig für jede Hexe und jeden Zauberer ist. Diese silbrigen Projektionen werden als Patronus bezeichnet und sind die einzige bekannte Verteidigung gegen Dementoren. Obwohl es wahr ist, dass man positive Emotionen beschwören muss, um einen Patronus-Zauber richtig und effektiv zu verwenden, bedeutet das nicht, dass der Zauberne von Natur aus gut sein muss. Dieser Mythos ist wahrscheinlich das Ergebnis der Annahme, dass es sich um eine Form der Verteidigung gegen die dunklen Mächte wie die Dementoren handelt. Was jedoch nicht ausschließt, dass auch dunkle Hexen und Zauberer den Zauber anwenden können. Nur weil eine Person böse ist, heißt das ja nicht, dass sie keine glücklichen Erinnerungen hat, die sie für den Patronus nutzen kann. Nehmen mal Dolores Umbridge als Beispiel. Sie ist eine wahnsinnige Person, die Schüler foltert und mit Todessern sympathisiert. Und dennoch wirkt sie klar einen starken Patronus-Zauber in Form einer Perser-Katze, weil sie viele gute Erinnerungen an ihre Pflicht hat. Selbst wenn diese daran besteht, den Kruziatus-Fluch auf einen Schüler anzuwenden. Für sie sind das gute Erinnerungen und damit kann sie auch ein Patronus anwenden. Mythos Nummer 9. Draco ist kein Tyrann, sondern ein Opfer. Wieder einmal haben wir eine ziemlich klare Meinungsverschiedenheit zwischen denen, die die Harry-Potter-Romane bevorzugen und denjenigen, die die Filme bevorzugen. In diesem Fall beziehen sich die unterschiedlichen Meinungen auf den berüchtigten Slytherin-Schüler Draco Malfoy. Während wahrscheinlich niemand die Tatsache bestreiten würde, dass Malfoy seine Zeit in Hogwarts als großer Fiesling begann, gibt es viele Filmfans, die behaupten, dass er gegen Ende der Saga tatsächlich ein Opfer wurde und seine einst kleinliche Art, andere zu schikanieren, hinter sich gelassen hat. Das Argument dafür ist, dass er von Voldemort eine unmögliche Aufgabe erhalten hat, Professor Albus Dumbledore zu töten. Vermutlich als Reaktion auf die Unzulänglichkeiten seines Vaters als Todesser. Diese Aufgabe wurde als Selbstmordkommando angesehen, da Dumbledore einer der gefürchtetsten Zauberer seiner Zeit war und der einzige, der stark genug war, um den dunklen Zauberer Gellert Grindelwald zu besiegen. Es ist fast lächerlich, sich vorzustellen, dass Draco Malfoy versucht, ihn zu ermorden, und dennoch glaube ich nicht, dass das ausreicht, um ihn als Opfer zu sehen. Schließlich hatte Draco den Plan, Dumbledore wirklich zu ermorden. Erinnerst du dich an seinen ausgeklügelten Plan mit dem Verschwindekabinett? Und obwohl wir nicht sicher wissen können, was passiert wäre, wenn Severus Snape nicht eingegriffen hätte und Dumbledore auf dessen Bitte hin getötet hätte, scheint es jedoch, dass Draco zumindest versucht hätte, ihn zu töten. Mythos Nummer 10 Der Stein der Auferstehung hat Harry wieder zum Leben erweckt Der letzte Mythos, den wir heute behandeln werden, ist die Vorstellung, dass Harry nicht gestorben ist, nachdem er zum zweiten Mal von einem von Voldemorts tödlichen Flüchen getroffen wurde, weil er den Stein der Auferstehung besaß. Hier gibt es zunächst einiges zu klären. Als Harry von Voldemort im Verbotenen Wald niedergeschlagen wurde, hatte er den Stein der Auferstehung nicht mehr in seinem Besitz. Er hatte ihn benutzt, um seine verstorbenen Liebsten zu sehen und den Mut zu finden, sich Voldemort zu stellen und selbst zu opfern. Nachdem er mit seiner Totenfamilie und seinen Freunden kommuniziert hatte, warf er den Stein zur Seite und er fiel auf den Waldboden und wurde nie wieder gefunden. 2. Der Stein der Auferstehung, eines der drei Heiligtümer des Todes, ist nicht in der Lage, einen Menschen vollständig von den Toten auferstehen zu lassen. Wenn der Stein der Auferstehung benutzt wird, um jemanden vom Tod zurückzuholen, kehrt man nur als Schatten eines früheren Selbst zurück, getrennt von den Lebenden durch eine Art Schleier. Selbst wenn Harry den Stein besessen hätte, als er vom Tötungsflug getroffen wurde, wäre es also unmöglich gewesen, ihn vollständig wieder ins Leben zurückzuholen. Der wahre Grund, warum Harry ins Leben zurückkehren konnte, war der Teil von Voldemorts Seele, der in seinem Körper wohnte, seitdem er ein Kind war. Als er von Voldemorts Fluch getroffen wurde, tötete der Zauber den Teil von Voldemorts Seele, der in Harry lebte, und ließ den Rest von ihm unberührt. Zu diesem Zeitpunkt konnte Harry entscheiden, ob er ins Land der Lebenden zurückkehren oder weiter in den Tod gehen wollte. Er entschied sich natürlich zurückzukehren. Und das war's auch schon mit diesem Video. Was denkt ihr darüber? Welche Mythen über Harry Potter treiben euch in den Wahnsinn? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und wie immer, vergesst nicht dieses Video zu liken und ein Kommentar und ein Abo zu hinterlassen, wenn euch das Video gefallen hat. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.